Im Rahmen einer Montessori-Pädagogik Ausbildung ist es ganz wichtig, dass man Kinder in der Arbeit beobachten kann. Und auch wenn wir heutzutage über Videos und Bildmaterial immer wieder versuchen können, die Praxis in die Ausbildung hereinzuholen, so ist doch der andere Weg weiterhin ein ganz wichtiger, Kinder in einer Einrichtung direkt in der Interaktion mit anderen Kindern, in der Interaktion mit dem Material in der Interaktion mit den Erwachsenen zu beobachten, um daraus für die eigene berufliche Tätigkeit als angehende Montessori-Pädagogin sozusagen Schlüsse ziehen zu können. Das heißt, jede Montessori-Pädagogin, jeder Montessori-Pädagoge geht in seiner Ausbildung hospitieren. Und hospitieren heißt, dass man für einen oder manchmal sogar für mehrere Tage Gast in einer Einrichtung ist, mit dem ganz klaren Auftrag zu beobachten. Beobachten ist ja einer der Grundkompetenzen der Montessori-Pädagogin, der Montessori-Pädagogen, weil wir ja über die Beobachtung dann in der Arbeit mit Kindern abschätzen, was ist die nächste Darbietung, wo braucht dieses Kind Unterstützung, was müsste ich vielleicht ein bisschen anders zeigen. Wir beobachten so viel und im Hospitieren lernt man genau hinzuschauen, lernt man wirklich Montessorisch zu beobachten. Das heißt, eine Montessori-Hospitation ist ein Ausflug in eine Einrichtung und in dieser Einrichtung gibt es normalerweise einen oder zwei Stühle, schon fertig vorbereitet für den Gast, der heute in der Praxis zusieht. Das heißt, hospitieren ist eine rein beobachtende Aufgabe. Es hat nichts zu tun, dass wir etwas mit den Kindern machen, sondern es geht wirklich nur um das Zuschauen, um das Aufschreiben und um das Dokumentieren. Das heißt, wenn man hospitiert, sitzt man irgendwo auf einem Stuhl, hat einen Block vor sich, irgendwo eine Uhr, damit man die Zeit gut abstocken kann und beginnt mitzuschreiben, was man an so einem Vormittag alles sieht. Und einen ganzen Tag zuzuschauen, da sieht man wirklich viel, also man braucht einen dicken Block mit, weil man schreibt Seite um Seite. Wir beobachten einzelne Kinder zuerst einmal, also im Sinn von dieses eine Kind, wie arbeitet es, was macht es, wie lange bleibt es dabei. Wir beobachten aber auch kleine Gruppen und zwischendurch schauen wir auch immer wieder mal so sozusagen einen Querblick über die gesamte vorbereitete Umgebung über die Arbeitsatmosphäre einer Gruppe. Und all diese Beobachtungen werden dokumentiert. Zusätzlich hat man meist auch bei den einzelnen Hospitationen noch so etwas wie gewisse Schwerpunktaufgaben. Also zum Beispiel ein Kind über eine halbe Stunde so zu beobachten, dass man nach einer echte Dokumentations- und Beobachtungskurve zeichnen kann. Das ist ein eigenes Instrument in unserer Pädagogik. Oder es gibt den Auftrag, Kinder nur mal zu beobachten auf die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren. Oder nur zu beobachten, wie sie mit dem Erwachsenen kommunizieren. Oder zu beobachten, wie lange manche Kinder brauchen, in eine Konzentration hineinzufallen. Also es gibt so etwas wie unterschiedliche Foki für die einzelnen Hospitationen. Aber allen gemeinsam ist, Gast zu sein in einer Einrichtung, die liebenswürdig genug ist, Lernende immer wieder zu sich einzuladen. Und man sitzt einen ganzen Vormittag und schaut Kindern beim Arbeiten zu. Was zur Hospitation dazugehört, ist nicht nur die Dokumentation vor Ort, sondern danach muss das Ganze auch noch zusammengefasst werden, ein Bericht verfasst werden. Und im Rahmen des Ausbildungskurses gibt es dann auch immer wieder mal Sequenzen, wo sich Studentinnen und Studenten über das Gelernte in der Hospitation austauschen können. Wobei es ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir uns über Lernsituationen aus der Praxis austauschen, dass wir das immer loslösen vom konkreten Kinderhaus, dass es ganz klar absolut anonymisiert sein muss, weil es nur um das Lernen eines Studenten, einer Studentin geht und es nicht darum gehen kann, was man ganz konkret in welchem Haus wo gesehen hat. Das heißt, zur Hospitation gehört auch dazu, ein ganz klares, ein Commitment der absoluten Verschwiegenheit, damit wir in der Zukunft aus der heutig gemachten Beobachtung das Bestmögliche herausholen können. Hospitation ist ein grundlegender Bestandteil der Montessori-Ausbildung, weil Beobachtung, eine der grundlegenden Kompetenzen der Montessori-Pädagogin des Montessori-Pädagogen ist.